So Leute, jetzt stehen wir auf der CSD, auf der Hohenzoller und am Aufstellplatz hier, Raimund. Hallihallo! Kannst du auch die Flügel ausbreiten? Ja, ja, machst du mal kurz, filmst du mich mal. Inquiry, kennst du das? Inquiry? Ja, super. Ja, Raimund. Und dann bitte einmal hier die Kamera. Wie der Wind weht, he? Ja. Sacken! Ja, danke.